Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei sind elf Abgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen worden, unter ihnen auch die Vorsitzenden Demirtas und Yüksekda. In der Folge kam es zum Teil zu gewaltsamen Protesten. Nach dem Putschversuch im Mai hatte die türkische Regierung die Immunität der HDP-Abgeordneten aufgehoben. Die Oppositionspartei wird beschuldigt, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Die Zugriffe seien im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen, erfolgt, hieß es. Den Abgeordneten wird unter anderem vorgeworfen, nicht wie angeordnet zu Befragungen vor Gericht erschienen zu sein. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Auch die Parteizentrale der HDP in Ankara wurde durchsucht. Wenige Stunden später hat eine heftige Explosion die Kurdenmetropole Diyarbakir im Südosten der Türkei erschüttert. Der Justizminister gab an, es seien Zivilisten und Polizisten ums Leben gekommen. Genaue Angaben machte er nicht. Nach Auskunft der Behörden detonierte eine Autobombe in der Nähe einer Polizeiwache. Daraufhin hätten die Behörden eine Nachrichtensperre verhängt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Grünen haben weiter Zweifel an der geplanten Pkw-Maut. Fraktionschef Hofreiter sagte im ARD-Morgenmagazin, entweder werde das Modell vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern oder deutsche Autofahrer würden draufzahlen. In dem Streit zwischen Bundesregierung und EU-Kommission bahnt sich ein Kompromiss an. Nach Informationen des ARD-Studios Brüssel soll daran festgehalten werden, deutsche Autofahrer über die Kfz-Steuer zu entlasten. Dies werde aber an die Umweltfreundlichkeit der Autos gekoppelt. In Paris hat die Polizei in den frühen Morgenstunden mit der Räumung eines von Flüchtlingen bewohnten Zeltlagers begonnen. Nach Behördenangaben sind 600 Polizisten im Einsatz, um etwa 3000 Migranten vorübergehend in Sporthallen zu bringen. Von dort aus sollen sie in andere Unterkünfte umziehen. Seit mehr als einem Jahr bilden Flüchtlinge immer wieder wilde Lager in der französischen Hauptstadt, weil Unterbringungsmöglichkeiten fehlen. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute meist bedeckt, im Norden anfangs Regen, im Süden abseits von Nebelfeldern freundlicher Höchstwerte zwischen 5 und 14 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 10.40 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.